Flagge weg oder Flagge ans Auto? Das ist hier die Frage. Heute geht es los. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Frau Faeser hat es nun endlich erlaubt, dass die deutsche Bundespolizei eine Flagge an jeden ihrer Dienstwagen stecken darf, um ihre Unterstützung mit der deutschen Nationalmannschaft auszudrücken. Das ist wirklich phänomenal, denn eigentlich wollte man solche Bilder vermeiden in Deutschland. Ein Sommermärchen wie 2006, bei dem ganz Deutschland sich unter Schwarz-Rot-Gold vereint, das möchte man eigentlich nicht. Das hat man am Anfang gesehen von Frau Merkels Zähne, die alle kennen, wie sie die Fahne hier weggeworfen hat. Doch, Frau Faeser, ich glaube nicht, dass sie sich hat beeinflussen lassen von dem schlechten Ergebnis der Europawahl. Nein, ich glaube eher, es gab zu viel Unmut in den eigenen Reihen der Polizei. Es gibt jetzt hier einen Beschluss des Bundesinnenministeriums, der zwar auf das Neutralitätsgebot der Polizei hinweist, jedoch inzwischen haben sie ihre Entscheidung revidiert. Das bestehende Verbot für Flaggen an Dienstfahrzeugen aus Gründen der Neutralität wurde auf Bitten der Bundesinnenministerin für die Bundespolizei ausgesetzt. Der Erlass gilt aber nur für den Zeitraum der EM und nur für Deutschlandflaggen. Das ist gut, dass es nur für Deutschlandflaggen gilt und ja, wir beschränken das auf die EM. Die deutschen Polizeiautos, die müssen nicht rund um die Uhr mit einer deutschen Fahne herumfahren. Wenn wir das wollen, dann könnten wir einfach die Lackierung der Autos ändern und müssen keine Fahne anbringen. Das Ganze gilt selbstverständlich nur, wenn es weder einsatztaktische Gründe noch Regelungen der Straßenverkehrsordnung gibt, die dem entgegenstehen. Das Bundesinnenministerium hat jetzt sogar gegen über einem Presseorgan hier erklärt und zwar, warum sie diesen Sinneswandel gemacht haben. Unsere Bundespolizei steht für unser modernes Deutschland. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden alles für die Sicherheit der Europameisterschaft in Deutschland tun, im Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und für Millionen Gäste und Fans und unsere Beamtinnen und Beamte stehen hinter unserem deutschen Team. Was das jetzt für eine Begründung gewesen sein soll, muss sich Frau Faeser selbst überlegen. Aber es geht heute los. Ja, heute hat auch Olaf Scholz Geburtstag. Er wird 66. Ob er das vielleicht vergessen hat, wissen wir alle nicht, aber er wird wohl ein paar Geschenke bekommen. Ich würde ihm das Geschenk überreichen, dass er geben kann, dass er einzupacken hat und vielleicht ist ja nach der EM auch endlich Schluss mit Olaf Scholz. Und damit wir hier alle ein bisschen in Stimmung kommen, kennt ihr denn eigentlich noch unseren Schlachtruf von 2006? Habt ihr wohl schon vergessen, ja? Schlacht, oh Schlacht. Dann gibt es noch folgendes. Deutschland im Sommer 2006. Fußball überwindet Grenzen. Innen und außen. Ein Meer von Deutschland fahren an der Fanmeile in Berlin. Ich bin gespannt auf die Bilder. Es gibt hier inzwischen Zahlen. 20 Prozent der Deutschen werden nicht auf Public Viewing Veranstaltungen gehen aus Angst vor Terroranschlägen. Also der Islamismus, er erfüllt hier seinen Zweck und treibt die Leute in Angst und Schrecken nach Hause. Wir haben selbstverständlich aber noch einen großen Wunsch. Einen wirklich, wirklich großen, großen Wunsch. Singt im Stadion so laut, dass es jeder hört. So wie damals. Singt im Stadion so laut, dass es jeder hört. So wie damals. Also der Rama games von Jungs cryptic. Säge uns zu, wir sind so, wir sind so, wir sind so, wir sind so, wir sind so. Das war das Olympiastadion in Berlin, schlechte Qualität der Aufnahme, ich weiß, heutzutage kriegen wir das in 4K, ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen heute Abend in München, ob sie denn überhaupt gegen die Schotten bestehen können, die deutsche Nationalmannschaft und wenn ja, wie die Stimmung im Stadion ist. Sind wir bereit für Fußball oder sind wir nicht bereit? Ich bin jemand, der sportlich absolut nicht unbegabt und untalentiert ist, das vielleicht auch, aber ich habe mit Fußball nichts zu tun. Für mich gibt es alle zwei Jahre die EM und die WM und ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Deswegen, ich bin kein Experte, würde ich auch nie behaupten, dass ich da Experte bin, ich verstehe die Abseitsregel und so ein paar weitere Regeln, das muss genügen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es für die Stimmung bei uns im Land gut wäre, wenn die Mannschaft weit kommt. Im Gegensatz für die Regierenden wäre es gut oder für uns wäre es gut, wenn wir in der Vorrunde rausfliegen, weil dann können wir mehr auf Olaf und Nancy rumhacken, bis sie endlich ihre Köpferchen packen und gehen. Am Ende hoffen wir aber alle vor allem, dass wir friedliche Spiele haben, dass wir uns alle gegenseitig nicht die Köpfe einschlagen und dass wir nicht vergessen, dass wir ein Heimspiel haben, wie Frau Faeser sagte. Wir haben wirklich Heimspiel in Deutschland, 580 zusätzliche Linienflüge, 180 zusätzliche Privatflüge. Wir kontrollieren jetzt den siebten Tag in Folge alle Grenzen und es geht der Bundespolizei ordentlich Beifang ins Netz. Dazu machen wir aber mal ein anderes Video. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Freust du dich auf Fußball oder bist du froh, wenn das Ganze vorbei ist? Was hältst du von dem Flaggenbeschluss des Bundesinnenministeriums, dass jetzt die deutschen Polizisten endlich wieder die deutsche Fahne schwenken dürfen? Alleine, dass sie es nicht dürfen, ist ja schon peinlich und grotesk. Aber schreib mir mal einen Kommentar, wie du das siehst und ich beende das Ganze hier. Ich lasse das mit der Nationalhymne hier nochmal auslaufen und damit sage ich bis bald. Abonniere den Kanal, lass ein Abo da und abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Bis bald. Amn taraft. Amn boom. Amn. Amn. Phi. Amn. H sustain. Vielen Dank. Vielen Dank.